Hallo Leute, ich freue mich euch wieder auf unserem YouTube-Kanal der Writing Academy bei Wolfgang Roos begrüßen zu dürfen. Heute zum ersten von zwei Teilen über die Skala der Ausbildung. Wir betrachten in diesem Video immer zuerst die Theorie und dann anhand eines Videos den Praxisteil. Die Skala der Ausbildung besteht aus Takt, Losgelassenheit, Anlehnung, Schwung, Geraderichtung und Versammlung. Im ersten Teil betrachten wir die ersten drei Punkte, die sogenannte Gewöhnungsphase für junge Pferde. Im zweiten Teil dann Schwung, Geraderichtung und Versammlung. Heute sprechen wir alle sechs Punkte an, damit man auch versteht, dass alle sechs gemeinsam die sogenannte Durchlässigkeit bedeuten. Hier möchte ich jedoch auch sagen, dass auch Pferde, die noch nicht gerade gerichtet oder ganz gerade gerichtet und versammelt gehen, durchlässig sein können. Jedoch der höchste Grad der Durchlässigkeit ist erst dann gegeben, wenn alle sechs Punkte eingehalten werden können. Auf die Durchlässigkeit gehen wir dann auch im zweiten Teil genauer ein. Der Takt ist das räumliche und zeitliche Gleichmaß der Schritte, Dritte und Sprünge. Das bedeutet räumlich, die dritte Schritte und Sprünge sind gleich lang. Das zeitliche Gleichmaß bedeutet, das Timing vom Abfußen bis zum Wiederauffußen der Vorderbeine muss immer zeitlich gleich sein. Der Takt ist auch die Voraussetzung für alle folgenden Punkte der Skala der Ausbildung. Warum? Weil nur ein Pferd, das ganz gleichmäßig im Takt geht, auch die Muskeln loslassen kann. So ein Pferd kann sich entspannen, kann sich an die Hand dehnen. Wenn ein Pferd immer im Takt etwas ungleich geht, wird es immer die Muskeln anspannen und den Rücken wegdrücken. Betrachten wir das nun mal im Schritt. Im Schritt zählen wir jetzt das Auffußen der Vorderbeine. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das muss wie ein Uhrwerk ganz gleichmäßig gehen. Das könnt ihr euch ansehen und üben. Das ist der Takt im Schritt. Im Trab zählen wir ebenfalls das Auffußen der Vorderbeine. Hier war Fürstfin vierjährig, das heißt, hier hat er auch noch weniger Tragkraft, dadurch ist weniger Schwebephase da. Drum ist der Takt etwas schneller noch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wir zählen immer noch das Auffußen der Vorderbeine. Zum Vergleich sehen wir nun Hochadelser Jocke. Der hat schon etwas mehr Tragkraft, somit auch etwas mehr Kadenz und kann dadurch auch schon mehr Schwebephase zeigen. Hier zählen wir auch die Vorderbeine mit 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wir sehen auch in der halben Parade, muss er den Takt halten. Im Galopp zählen wir nun das Auffußen vom inneren Vorderbein. Und hier sagen wir auch Rhythmus zum Takt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ihr könnt euch das dann nochmal ansehen. Übt das Zählen des Rhythmus und immer wieder, das ist ganz wichtig, den Takt erhalten. Der zweite Punkt der Skala der Ausbildung ist die Losgelassenheit. Die Losgelassenheit bedeutet, das Pferd spannt nur die Muskeln an, die es wirklich zum Ausführen der Bewegung braucht. Alles was mehr ist, ein Hochdrücken im Hals, ein Zumachen vom Rücken ist unnötig und dann sprechen wir nicht von Losgelassenheit. Ich spreche nun zwei Arten an, die innere Losgelassenheit und die äußere Losgelassenheit. Die innere Losgelassenheit ist die sogenannte psychische Losgelassenheit. Das heißt, hier zeigt das Pferd Vertrauen. Hier zeigt das Pferd auch ein aufmerksames Mitarbeiten. Das Pferd ist innerlich entspannt. Jeder von uns weiß, wenn wir etwas Angst haben, abgelenkt sind und eher auf Fluchtkampfmodus eingestellt sind, können wir uns nicht entspannen, wir spannen an. Ist die psychische Losgelassenheit gegeben, kommt die physische Losgelassenheit. Und hier kommt alles rein, was wir auch wissen. Ein entspannter Rücken, ein schwingender Rücken, die Muskulatur ist ganz locker, der Schweif pendelt, ein Ohrenspiel ist zu beachten. Das Abbrusten im Galopp, die Bewegung, die Atmung ist möglich. Hier kommt alles rein. Das Pferd dehnt sich auch an die Hand. Sehen wir uns das hier an. Die Losgelassenheit, das Pferd schwingt im Rücken, wir sehen auch das Ohrenspiel. Das Pferd trägt den Schweif, der Schweif pendelt im Takt, das Pferd geht im Takt, dehnt sich in der ganzen Muskulatur. Der dritte Punkt ist die Anlehnung. Die Anlehnung ist eine feine und gleichmäßige Verbindung von der Reiterhand über Zügel, Gebiss bis zum Pferdemaul. Das heißt, das ist das Gewicht, das ihr in der Hand habt. Der Ausdruck stete Anlehnung heißt nichts anderes als eine gleichmäßige Verbindung. Eine ruhige Reiterhand ist immer fähig, eine gleichbleibende Verbindung zu halten. Das ist wichtig. Ihr geht mit der Hand mit der Bewegung des Maules mit. Es gibt auch hier zwei Arten. Ich unterscheide zwei Arten. Das eine ist die Verbindung durch das Annehmen der Reiterhand am Zügel. Das heißt, wenn ich auf einem jungen Pferd drauf sitze, darf ich mir nicht erwarten, dass sich das Pferd an die Hand dehnt. Ich muss mit der Hand zurückgehen, bis ich eine Verbindung halte. Die soll leicht sein, aber immer gleich, damit das Pferd den Druck auf die Lade akzeptieren lernt. Die zweite Art ist dann die eigentliche Anlehnung und zwar durch An- und Entspannen der Beuge und Strickmuskulatur dehnt sich das Pferd an die Hand heran. Der Reiter gestattet es dann. Das wäre das eigentliche Ziel, das wir beim Reiten haben. Das Pferd entspannt sich und dehnt sich und geht an die Hand. Auch das seht ihr in den Videos, die wir vorher schon gesehen haben. An einem Bild gezeigt, wir kennen dieses Bild bereits aus halber Parade, dritter Teil. Die gelben Pfeile in der Hinterhand zeigen das Untertreten des Hinterbeins. Die Gruppe kippt dabei ab, spannt natürlich die Gruppmuskulatur an. Es entsteht eine Vorwärtstendenz, der blaue Pfeil, dann der orange-rote Pfeil. Die Beugemuskulatur spannt an, der Bauch kommt nach oben. Das Pferd dehnt sich nach vorne zum Genick und dadurch kriegen wir einen Druck auf die Trense. Das ist der orange-rote Pfeil. Ihr seht also die ersten drei Punkte der Skala der Ausbildung. Takt, Losgelassenheit, Anlehnung sind die ersten Punkte, die auch junge Pferde lernen müssen. Junge Pferde können den Takt noch nicht so. Sie müssen zuerst mal das erworbene Gleichgewicht finden. Das Natürliche haben sie bereits, wenn sie zur Welt kommen, wenn der Reiter drauf sieht, sprechen wir vom erworbenen Gleichgewicht. Wenn sie das gefunden haben, Takt, Losgelassenheit, Anlehnung, dann können wir weitermachen. Alles andere betrachten wir dann im zweiten Teil. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben und beim Ansehen der Videos. Bis zum nächsten Mal.